lampukistan gaming ist die folge 18 unserer panini sammelsucht in fifa 16 ja freunde heute werden wir volljährig das heißt 221 spieler sind am start wir werden heute drei packs ziehen los geht's traditionell mit einem bronzeset für 750 münzen lasst uns checken was wir drin haben es ist verraten war bestimmt gar wieder kein seltener bronzespieler freunde geht das schon wieder so weiter hier mann 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 es ist denn hier los so wir haben max weenie wieder mal einen ihren am start und hussein und seh keine ahnung französisch stämmiger belgier eventuell keine ahnung verträge so wappen trikot das alles nicht so da bringt was das denn dachte schon das war der fifa wm ball von wm 2014 oder doch das ist ja doch oder brazu keine ahnung wir packen das alles in den verein und werden noch eine gratis silber set öffnen da ist auch mal wieder ein spieler mit drin den nehmen wir natürlich mit und auch noch ein deutscher rosenthal von darmstadt wunderbar was haben wir noch am start agila wie er die hat man doch alle auch schon fünfmal hier junge junge so und jetzt das versprochene gold pack dass wir auf jeden fall noch öffnen werden heute und zwar für 7500 münzen lasst uns schauen ob wir heute endlich mehr glück haben als beim letzten mal wir ziehen 3 selten der alter was ist denn hier los krasser scheiß geil geil das hat sich schon gelohnt wieder mal sieg niklas süle langsamer innenverteidiger aber eigentlich das ist ein brett der junge der ist sind brettes ein riesenviech dann haben wir noch akadius milik von ajax amsterdam henrique enrique brasilianer erneut und der reader von berlin so chemistry style gar nicht so schlecht und trikotsatz noch dazu wo das war doch ganz cool eigentlich es hat sich richtig gelohnt moment die packen noch in den verein bevor wir abbrechen ja freunde am wochenende wird es voraussichtlich kein video von mir geben da ich unterwegs bin mit einem kollegen bis eskalieren somit wird es wahrscheinlich frühestens dann am sonntag mit until dawn weiter gehen ich hoffe ihr seid mir nicht böse und ja wir checken noch mal schnell ab wir haben 230 spieler jetzt so bronze haben wir natürlich wie man nichts dazu bekommen da sind wir immer noch bei 16 so selber da haben wir gut ausgerastet beim letzten mal da sind wir bei 17 gold freunde jetzt aber richtig gut bei gold sind wir jetzt bei 18 das hat sich richtig gelohnt wir haben alles richtig gemacht ja leute ich wünsche euch jetzt auf jeden fall mal ein schönes wochenende treibt es nicht so wild wie wir es tun werden und dann sehen wir uns auf jeden fall im nächsten video wieder macht's gut bis dahin ciao und bloß kein stress